Guten Tag, mein Name ist Klamer Fehring und ich heiße sehr herzlich willkommen zu unserem Webinar DAM Trends 2020. Neben meiner Rolle als Moderator heute bin ich der Business Lead bei Cloudinary für die DACH-Region und meine Erfahrungen im Bereich Digital Asset Management gehen zurück bis zu den Zeiten von Documentum und später EMC. Heute freue ich mich ganz besonders, Ihnen Fred vorstellen zu dürfen. Fred ist ein DAM-Experte, ein aktiver Kommentator und Analyst der MarTech-Branche und gefragter Keynote-Speaker. Fred ist außerdem CEO von Activo Consulting und bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Information Management mit sich. Activo Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung und die Unterstützung von Unternehmen bei Transformationsprojekten spezialisiert hat. Von innovativen Strategien bis hin zur Ausführung und mit einem unermüdlichen Fokus aus Ergebnis. Fred, wir sind gespannt auf deinen Ausblick auf das Thema Digital Asset Management. Sie sind ausergeblich. Ja, das ist gut. Ich freue mich sehr, an diesem Webinar teilnehmen zu können. Ja, es ist genau, ich bin Geschäftsführer für Activo Consulting, das ist ein junges Unternehmen, zwei Jahre. Und unser Ziel ist, unseren Kunden zu folgen und beraten, welche Lösungen wir sehen können. Es gibt so viele Möglichkeiten heute auf den Marken, dass es nicht immer einfach ist, was habe ich zu investieren. So, ich würde wahrscheinlich starten mit diesem Satz von JF Kennedy. Ich liebe das, als er hat vielmals gesagt, dass wir wissen, dass wir in einer Zeit sind, die nicht so einfach für alle unsere Kunden sind. Und es gibt immer Probleme. Aber in dieser Krise, es gibt immer Geschäftsmöglichkeiten. So, es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und das heißt, ja, okay, aber wie jetzt, wir haben diese Zeit, wo wir können entscheiden, diese Digital Transformation zu starten. Und ich starte mit der Analysierung von Adobe. Es ist ein Bericht von dieses Jahr. Und was wir können beobachten. Am links, es gibt immer das, ich würde, dasselbe Feedback. So, das heißt, es ist über die Customer Experience. So, es ist sehr wichtig für meistens die Kunden. So, das heißt, wir suchen eine Lösung, die ist sehr einfach zu benutzen. Es ist immer auch eine Frage. Heute, wir haben Daten überall. Und es ist noch nicht Bilder. Es ist große Videos, große Bilder, 3D und so weiter. Und es ist sehr wichtig, das zu unterstützen. Am rechts, wir können sehen, dass AI ist auch sehr wichtig heute. Aber wir sehen auch später, wie können wir diese AI benutzen im System. Und AI ist wichtig für die Analyse unserer Dateien. Und auch noch einer Weg, der ist sehr wichtig, ist die Personalisierung. So, das heißt, wenn ich habe Inhalt verschiedene Dateien, Bilder und Videos, wie ist es möglich, diese Automatisierung zu benutzen, dann war die AI. So, dieser Bereich ist auch sehr wichtig, als wir können sehen, was ist wichtig für die Marke. Erstmal, wir können sehen, dass wir haben sowieso 32 Prozent, die Leute suchen nach, ein System, wie ist es möglich, Automatisierung zu machen. Ja, heute, wir haben verschiedene Systeme im Market. Wir können speichern unsere Dateien, wir können teilen. Aber was wir brauchen jetzt, wenn Sie arbeiten für ein großes Unternehmen im Welt, Sie sind 1.000 Unternehmen, es ist wie ein Prozess, eine Workflow zu finden, sodass ich kann meine Dateien freigeben. Und es ist wichtig für die Marke im Bereich die Brand Awareness. Das heißt, wir haben Lösungen zu finden, um einfacher unsere Dateien zu teilen, benutzen in Richtung der Marke. Nächste, wenn wir fragen, verschiedene Kunden, was ist das Problem heute im Bereich Digital Transformation? Und meistens, es ist ein Bericht von Mülsoft, wieder einmal dieses Jahr, und wir beobachten, dass es zu viele Werkzeugen gibt. Es gibt immer Lösungen überall. Und wie zum Beispiel, meiner Erfahrung nach, ich sehe, dass eben für die Leute, die schon ein Darm-System haben, zum Beispiel, meistens benutzen sie einen WeTransfer oder einen Dropbox oder einen Drive, um diese Dateien zu teilen. Und warum? Und wenn wir fragen diese Leute, so, was ist das Problem? Sie antworten, dass, ja, wir haben ganz alles, unsere Unternehmen, aber wir haben zu viele Silo, sodass zu viele verschiedene Systeme. Und was wir möchten haben, es ist nur ein System, wo wir alles machen können. Fred, hier hätte ich eine Frage. Es ist genau das, was ich im Gespräch mit meinen Kunden auch höre, die im Prinzip, was diese 83-prozentige Statistik von IT-Entscheidern, Verantwortlichen, die das Problem mit Datensilos angeben. Was ist hier dein Tipp? Wie kann man das entstehen und mehr und wechseln von Datensilos im Unternehmen vermeiden? Ja, es ist interessant. Ich würde sagen, dass jetzt, es ist mehr für die Wendor eine Lösung zu finden heute. Es ist klar, dass es auch die Entscheidung von den Leuten und für die IT einen Weg zu finden, um etwas einfacher zu machen. Aber wir haben so viele Kanäle heute zwischen E-Commerce, Webseiten und so weiter. Es ist auch die Entscheidung, wenn mit der Lösung. Und es ist der Grund, dass später wir können sehen, dass, wenn wir haben, diese Auswahl zu machen, Es ist important, zum Beispiel verschiedene Connector zu haben mit Web, Social und so weiter. So, es ist auch die Entscheidung über die Lösung und die Möglichkeiten, dass wir haben, in den verschiedenen Lösungen überdaten. Noch ein Bericht von Mülsoft. Es ist, okay, jedes Mal und jeder Tag und ich würde sagen, immer jede Woche, wir sprechen über AI. Okay, es ist wahrscheinlich sehr interessant, aber für ein DIMSystem, wir können so das machen. Und was wir beobachten, es ist sehr wichtig für die meisten unserer Kunden. Aber sie haben die Wille, das zu machen. Aber sie finden noch einen Weg, wie kann ich diese AI in meinem E-System eine andere Erfahrung zu bringen. Und wir sehen später, dass zum Beispiel für ein DIMSystem, ja, wir haben diese AI, der funktioniert für zum Beispiel verschiedene Wörter, Erkennungen, so es ist die Sonne, es ist ein Baum und so weiter. Aber wir brauchen ganz mehr. Und es gibt einen Unterschied, wenn wir sprechen über AI zum Beispiel in der Industrie oder vergleichen mit einer Marke. So, es ist interessant auch zu sehen und ich habe einige Beispiele am Ende, wie wir können diese AI benutzen, sodass wir mehr Dienst bringen für unsere Kunden. Das heißt, am Ende zum Beispiel, wir brauchen nicht mehr ein Photoshop zu benutzen für meine Bilder. Andere Informationen, die sind sehr wichtig auch, sind dieser Bericht über, was ist das Wichtige für Sie. Und wir können sehen für das erste Mal des Jahres, dass es ist über die Sicherheit. Und es ist richtig. Als heute, wir sehen meistens die modernen DIMSystems. Es ist immer basiert auf API, Frontend und so weiter. Es ist, wir haben meistens eine freundliche Interface. So, Customer Response ist super. Aber manchmal, wir können sehen, dass es gibt Probleme in der Sicherheit für die Daten. So, für das erste Mal, ich würde wieder mal wiederholen, dass Sicherheit ist so wichtig für die Kunden. Es ist auch über AI-Maschinen, das haben wir ja schon gesehen. Es ist über die Blockchain. So, für das erste Mal, was wir können sehen, ist das für die großen Unternehmen. Wir sprechen immer über diese freundliche Interface und so weiter. Aber am Ende, es ist alles über die Sicherheit der Inhalt. Okay, andere Analysierung vom ASCEN 2. Es ist eine Organisation über Marketing und Kommunikation. Für Marketing und Kommunikation ist es, was ist eins wichtig, ist okay, wir brauchen etwas einfacher zu benutzen. Wir haben keine Zeit, für so viele Tage alles zu verstehen, alles zu, die Einstellungen und so weiter. Es ist ganz unmöglich. Wir werden ganz einfach und ich beobachte vielmals, wenn ich arbeite mit den Kunden, vielmals sagen, ja, Fred, wir brauchen etwas wie ein iPhone zu benutzen. Und es ist der Grund, zum Beispiel der Erfolg vom iPhone. Das heißt, sie haben große Icons, ganz einfach zu verstehen und in zwei, drei Klicks, sie haben ganz alles. So, es ist auch sehr wichtig für die Kunden. Und es ist auch über die Technologieintegration. So, das heißt, wir können, ich zeige das ein bisschen später. Ein Damm-System ist wie, es ist der Prozess für alle, die das System im Unternehmen. So, das heißt, es ist die Bilder für den PIM-System, es ist die Bilder für CRM, für Salesforce und so weiter. So, es ist sehr wichtig für diese Leute. Aber jetzt, wenn wir sehen, okay, ich bin ein Kunde, wir sehen in 2020, ich habe eine Entscheidung zu machen. Wir haben diese Krise. Wahrscheinlich, es ist zu spät, weil ich denke auch, dass die Gewinner heute haben schon in China, diese Transformation in Deutschland. So, aber auch jetzt, wenn wir beobachten, was gibt es im Market, es ist ein Abträum. Es sind tausend Lösungen überall. Und jedes Jahr von Chief Marktech, sehr interessant das zu sehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Branchen. Und jedes Jahr, es gibt sowieso mehr, 10% mehr Lösungen. So, die Frage ist, wie kann ich eine Auswahl machen? Und, als ich habe schon gesagt, es ist sehr wichtig zu verstehen, die Position der DAM, PIM und MDM im System. Und MDM ist sowieso für alle die Leute, das kann sein ein CRM, das kann sein ein MS-System. Es ist das Ort, wo alle die Daten in der Organisation sind, ist wichtig. Aber am Anfang, alle diese Systeme, sie haben ein Bilder zu benutzen. Und zum Beispiel zwischen DAM und MDM, wir haben PIM. PIM ist heute, ich würde sagen, seit einigen Jahren, drei, vier Jahren, mehr und mehr wichtig für alle die Marken. Als sie haben, ein E-Commerce-Webseite zu bauen. Und für diesen Grund, ein PIM-System ist wie ein System, wo alle die Dateien des Unternehmens verfügbar sind. Es gibt viele Input-Channels, wir haben viele Output-Channels. Aber inzwischen ist es sehr wichtig, diese Dateien zu organisieren. Aber ein PIM-System ist nicht ein DAM-System. Das heißt, zum Beispiel für die Performance und so weiter, wir müssen ein DAM-System und die API, Web-Service, zu benutzen mit dem DAM-System. So, es ist sowieso heute, wie alle die Marken arbeiten, DAM, PIM und MDM, und sie benutzen API inzwischen. Dazu habe ich eine Frage, Fred. Würdest du das als Vorteil sehen, das in einem System zu haben, DAM und PIM in einem? Oder siehst du das durchaus als Vorteil, zwei gekrennte Best-of-Breed-Produkte zu haben? Ja, ich würde sagen, es ist manchmal eine Frage, die die meisten Kunden haben mir gesagt. Das Problem über diese Performance ist für mich das okay. Heute ist es nicht einfach für alle die Unternehmen. Am Ende kostet es, wie viel Geld am Ende ich kann investieren. Ich würde sagen, dass wenn Sie möchten, ein Performance-System zu haben, es ist important, zwei Systemen. Ein DAM und ein PIM. Aber ich kann auch verstehen, und ich habe so viele Geschäftsmöglichkeiten dieses Jahr in Frankreich zum Beispiel, die Leute, es ist unmöglich für sie, ein DAM- oder ein PIM-System. Heute, ich würde sagen, dass zum Beispiel für ein DAM-System in Cloud, es ist etwas, das ist nicht so teuer. Wir können starten, jeder Monat inzwischen 1.000, 2.000 pro Monat. Ein PIM-System ist ein bisschen, es ist nicht dasselbe. Es gibt viel Arbeit im Umgebung dem PIM, als wir haben viele Channels zu unterstützen, Webseite, Amazon und so weiter. Und ein PIM-System ist ein Minimum, ist 200.000 pro Jahr. So, das heißt, ich würde sagen, wenn Sie, Sie sind zum Beispiel ein E-Retailer, es ist ganz wichtig, zwei verschiedene Systemen zu haben. Aber wenn Sie sind ein kleines Unternehmen, passen Sie auf, wenn Sie haben ein DAM oder ein PIM. Ich kenne noch nicht jetzt ein System, super effizient für alles zu machen. Es ist auch basiert, zum Beispiel, wenn Sie arbeiten mit einem PIM, wenn Sie haben nicht zu viele Produkte, so bis 10.000, 20.000, das kann sein möglich sein, nur ein System zu haben. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Retailer in Frankreich, Sie haben mehr als ein Million. Es gibt keine andere Lösung, zwei Systemen zu haben. Und was Sie können dort sehen, es ist ein Beispiel, meine Kunden, große Retailer in Frankreich, in der Welt. Und als Sie können sehen, Sie haben, Sie haben entscheidend letztes Jahr für zwei verschiedene Systemen. Heute ist alles in der Produktion, nur nach einem Jahr, so. Alles ist möglich, viel zu tun, immer, aber dankbar diese API, wie sowieso alles ist möglich. Und am Ende, es kostet nicht so viel Geld. Und was ich kann auch bemerken und wichtig für mich ist, für die Zukunft, was ist die Zukunft für das System? Jedes Mal, ich höre verschiedene Leute, ja, aber denkst du, Fred, es ist so wichtig, ein Damm-System zu haben? Ja, es ist. Und es ist ein Anmerich für ein Business Warrior. Sie haben diese Analyse gemacht. Für die nächsten fünf Jahre, es ist Milliarden im Damm-System. Wir brauchen immer mehr Bilder, wir brauchen immer mehr Videos für das Engagement, die verschiedenen Webseiten und die Kunden. So, es ist sehr important. Und eben, wenn zum Beispiel Sie haben noch nicht die Möglichkeit, alles zu investieren, starten mit einem Damm-System. Okay, als späteren, es ist immer ein Weg, um ein anderes System zu hinzufügen, wie zum Beispiel ein Pimm-System. Wir können auch sehen, dass wir haben auch Open-Source-Möglichkeiten. So, das heißt, es ist manchmal eine Lösung, wenn Sie aber nicht diese Möglichkeit für ein Enterprise-System zu kaufen haben. Aber ein Damm-System ist sehr wichtig heute. Eine andere Frage, ein Ersatz, es ist vom CDO von Michelin und ich bin ganz einverstanden. Am Ende, es ist nicht, die Frage ist nicht immer alles über die Technologie, das zu investieren. Es ist auch über die Leute, es ist auch über wie sie arbeiten. Und was wir können bemerken, ist, dass am Ende, es ist immer dasselbe. Es ist nicht, dass zum Beispiel Sie sehen, Sie haben die letzte Super-Darm-Technologie mit, alle die Möglichkeiten, viele Connector. Okay, alles gut, Job gemacht. Nein. Es ist immer, als erst mal Sie haben, mit Ihren Leuten zu arbeiten, die Kommunikation zu machen, die Onboarding zu machen. Und meiner Erfahrung nach, es ist sehr wichtig. Es ist, was wir können und das, wir arbeiten heute im Aktiv mit unseren Kunden. Wir arbeiten meistens bevor eine Entscheidung zu machen mit einem Damm-System, immer es ist über diese Organisation, Kommunikation, Governance, das wir haben in den Unternehmen. Und so, ich würde starten mit meinen verschiedenen Trends für Damm 2025. So, erst mal, und ich denke, das ist ganz sehr wichtig, was ist ein Damm-System? Ein Damm-System, es ist, ich würde zwei Dinge, es ist die Repository für alle Ihre Dateien. Es ist Bilder, Video, 3D, ganz alles. Und es gibt, es ist immer große Auflösung, das heißt, zum Beispiel, wenn Sie, es ist nicht immer einfach zu verstehen, manchmal für die Kunden. Ich hätte das gerne, ein Photoshop zu speichern, vergleichen mit einem JPEG. Damm-System, es ist ein Engine für Ihre Dateien. Okay, so, das heißt, immer alle, nur die große Lösung Ihrer Dateien. Und zweimal, es ist die Metadaten. Und es ist ganz wichtig für ein Damm-System, es gibt Standard-Metadaten, so zum Beispiel IPTC, XMP. Und wir haben besondere Metadateien auch im Umgebung, was sie arbeiten. Und am Ende, ein Damm-System ist auch immer verfügbar, um alle diese Dateien zu teilen, wie zum Beispiel ein Dankbar-Connector für Webseite und so weiter. Zweimal, wir haben schon das gesagt, und ich habe zum Beispiel ein Beispiel von Claudinary. Ich liebe das, als wir können sehen, was bedeutet für die Leute diese freundliche Interface. Heute der Grund, dass zum Beispiel iPhone ist super berühmt und zum Beispiel Social wie Facebook, Instagram, der Grund ist, es ganz einfach zu benutzen. Und diese Beispiele von Claudinary ist, es ist nicht, zum Beispiel, Sie haben nicht ein Ingenieur zu sein, um alles zu verstehen. Sie haben nur ein, zwei, drei Klicks. Es ist nur mit großer Ikone, Text, sehr einfach und auch wichtig, die Responsive mit einer Mobile-Applikation zu haben. So, diese Erfahrung für diese Benutzer-Erfahrung ist auch sehr wichtig und ich berate immer, dass, wenn Sie, bevor eine Lösung aufzuwählen, es ist immer important, Mobil testen, 3G-Drop. Zum Beispiel, ich habe auf meinem Desktop einige Bilder, 3G-Drop, in der Webseite und es muss laufen. Sondern, wenn Sie haben Probleme mit der Darstellung Ihrer Bilder, es ist nicht die richtige Lösung. So, Metadaten. Für mich ist es das Wichtigste. Und es ist etwas, das Sie können arbeiten, bevor ein E-DAMS-System zu kaufen. So, das heißt, wenn wir sprechen über Metadaten im Bereich, wir haben viel zu tun. Erstmal, es ist IPTC. IPTC ist sehr wichtig, als es ist ein Standard seit den letzten 50 Jahren, 1956. Ich berate, die IPTC.org zu besuchen, die Webseite, viele sehr interessante Informationen. Und ein Vorteil IPTC ist ganz einfach, wenn zum Beispiel Sie arbeiten, Ihre Bilder mit Ihrem Laptop, wie mir zum Beispiel. Ich kann, wie einige Software, wie Lightroom, Photostation und so weiter, Sie können hinzufügen, IPTC-Worte in die Bilder speichern. Und Sie können einen Test machen, wieder einmal eine Suche machen auf Ihrem Laptop und suchen nach diesem Keyword. Und Sie können beobachten, in einem Moment, Sie haben die Laptop, die ist Mac oder Windows, es ist nur in einem Moment die Suche mit Ihren Dateien. Und es ist ein Grund, dass ich immer, ich berate, unsere Kunden diese IPTC zu benutzen. Es ist nur noch nicht, als zum Beispiel, wenn Sie sind eine Marke, Sie haben besondere Metadaten. Und allerdings, IPTC ist nur für eine Sprache. Es gibt keine Unterstützung für verschiedene Sprachen, sondern Sie haben ganz alles, so nicht einfach. So, ein DAMS-System heute, in 2020, hat diese Möglichkeiten, besondere Metadaten zu hinzufügen. Und es ist so etwas, das Sie können sehen, auf meinem Beispiel von Cloudinary. Vier, vierter Trend, es ist über die DRM, Digital Rights Management. So, heute ist es auch wichtig für meisten Kunden, diese Möglichkeit, okay, für meine Bilder, ich habe ein Copyright. Aber es gibt viele Technologien in der Umgebung dieser DRM. So, das heißt, ich habe einige Beispiele. Es gibt nicht so viele Lösungen. Sie haben zum Beispiel Fadel, ImaTag, Digimark. So, diese, es ist Integration, das Sie zum Beispiel können haben, auf der Oberfläche Ihrer DAMS-System. So, das heißt, mit Fadel, es ist wie eine Standard heute. Es ist einfach, die Digiteil hat, meine Söhne zu folgen, ihre Dateien mit ImaTag. Es gibt einen Weg, die verschiedenen Pixel wie eine Watermark zu hinzufügen. Aber nicht, als Sie wahrscheinlich alles wissen, etwas geschrieben auf das Bild. Aber es ist nur, Sie ändern einige Pixel und das sieht aus dasselbe, aber es ist nicht dasselbe so. Sie können folgen, als wir können sehen, die Lifecycle, die Bilder. Und Digimark ist eine andere Technologie, mehr für die Verpackung. So, aber wichtig heute zu überprüfen, dass wahrscheinlich Ihre DAMS-Systeme diese Möglichkeiten haben. Da ist noch eine Frage, ähnlich wie zum Thema PIM. Ist das, wo du auch sagen würdest, besser ein darauf spezialisiertes Tool zu nutzen? Oder sollte das etwas sein, was im DAMS-System schon integriert ist? Ja, heute, wenn wir beobachten, die DAMS-Market zum Beispiel, die beste heute, sie haben wie eine, aber wir können das auch sehen mit Amende. Also, alle DAMS-Wender, wenn sie überlegen ein bisschen, sie wissen, wie die Kunden arbeiten. So, allerdings, meistens die Wender sagen, ja, wir haben ein API. Ja, okay, super. Aber ich würde mehr wissen, als wenn sie haben, etwas sehr Besonderes zu machen, wie ein Konnektor. Es kostet Geld und Zeit. So, es ist der Grund, dass es, ich denke, wichtig zu überprüfen, welche DAMS-Systeme haben schon einen Konnektor, zum Beispiel wie ein PIM-System. Und heute, ich würde sagen, dass 30% DAMS-Systeme haben schon einen Konnektor mit dem System, wie zum Beispiel Akeneo, InRiver, Sassify, Stivo und so weiter. Und wir können das sehen mit Cloudinary. Aber du hast recht, es ist eine Frage zu haben und für alle die Retailer zum Beispiel zu überprüfen, dass, ja, okay, wir haben ein API, aber wenn sie haben schon etwas gemacht, super. Okay. Fünster, es ist über die AI und wahrscheinlich Cloudinary ist ein sehr gutes Beispiel. Und Cloudinary ist jetzt sehr berühmt für das. Das hat diese Dienstbilder verfügbar mit allen den Dateien im Cloudinary. So, was wir können machen, es ist Inhalt im Kontext. Okay. So, die originalen Bilder sind am oben links und starten mit dem Bild. Wir können sowieso alles machen. Und es ist nur eine Sekunde. Es ist ein Webservice. Und es ist auch ein Grund, dass manchmal ich, ich sage, meine Kunden, eben, sie arbeiten mit einem anderen DAMS-System. Und wahrscheinlich, sie können eine Integration machen mit diesen Bilder-Web-Services. Und es ist etwas, das wir können sehen später. Es ist wie Amazon-Web-Services. So, das heißt, super, super Erfahrung. Ich denke, es ist super schnell. Und für mich, es ist eine Prüfung, was AI kann am Ende diese Erfahrung für die Kunden bringen. Allerdings, es gibt immer diese Möglichkeiten, für diese Keywords zu erkennen. Aber es ist immer eine Frage, wenn Sie haben ein DAMS-System, es ist sehr wichtig, diese Wörter zu kontrollieren. Und so, das heißt, meistens, die DAMS-Systems, sie haben viele Wörter im Umgebung einbilden. Manchmal, es ist nur auf Englisch. So, wenn Sie sind in einem Dünchunternehmen, okay, wir wissen, dass die Deutschen sprechen sehr gut Englisch. Aber es ist interessant und auch für mich als ein Franzose, meine Wörter in meiner Sprache. Und es ist der Grund, dass, passen Sie auf auch, machen Sie einen Test mit Ihren Bildern zu überprüfen, wie das Verhalten, diese Erkennung von den verschiedenen Systemen. Nächste ist auch sehr wichtig. Es ist über was für Prozess und Workflow. Aber ich würde noch etwas hinzufügen. Für mich, es ist BPM, Business Process Mapping. Was meinst du? Am Ende, manchmal, ich sehe zu viel, dass viele DAMS-Wender sagen, ja, wir haben einen Workflow. Aber am Ende, es ist nur sowieso ein Tipps- und Tricks. So, das heißt, wir haben eine besondere Metadata über meine Kollektion, zum Beispiel. Aber es ist nicht ein Workflow. Ein Workflow ist sowieso, was Sie können dort sehen. Das heißt, es sind verschiedene Malsteine. Und für diese verschiedenen Malsteine, wir haben die Möglichkeit, etwas zu freigeben oder nicht. Und wenn Sie beobachten, wie die Leute arbeiten, zum Beispiel, ich habe einige Kunden, die arbeiten im Welt, verschiedene Länder. Und was mir ein DAMS-System, okay, ich kann teilen, meine Bilder. Aber wenn ich habe eine Workflow, eine BPM, es ist ganz einfacher. So, ich habe zum Beispiel, ich habe etwas gearbeitet, auch lade. Es ist das erste Malsteine. Ich warte die Antwort meiner Mitarbeiter, die sie freigeben oder nicht. Wenn nächster Schritt, es ist, die freigeben, zum Beispiel, eine Fotografe oder meine Kunde und sowieso, okay. So, es ist, was wir heißen, Workflow, BPM. Und es ist etwas, das wir können nicht so, wir sehen nicht so viel im Bereich DAMS-System im Market. Allerdings, der siebte ist alles über API. Als du sagst, nur einige Minuten, okay, ich habe mein DAMS-System, ich habe einige Connector, aber es ist unmöglich für ein DAMS-System, alles zu unterstützen. Und wenn zum Beispiel, Sie haben Ihr eigenes MI-System, es gibt keinen Connector, okay. So, es ist darum sehr wichtig zu überprüfen. Es ist sehr technisch, aber Sie müssen die Leute haben, mit Sie diese Technologie zu testen. Und für API, es gibt viele verschiedene Wege. So, zum Beispiel, mit einem PIM-System, der DAMS-System, es ist sehr wichtig, diese Dateien wie ein Push zu machen, okay. Und nicht von einem PIM-System eine Request zu machen, okay. So, es ist ein bisschen technisch für das, aber es ist sehr wichtig, das zu verstehen wie die richtigen Leute. Und wenn wir fragen, diese Leute, diese Kunden, warum es ist so important, wie zum Beispiel der Geschäftsführer von Salesforce hat gesagt, es ist die ohne Lösung, dass heute alle Wände haben, um dieses Ecosystem zu bauen, okay. Und heute der Erfolg von einem DAMS-System, es muss ein DAMS, nur ein DAMS für alle die Organisationen und nicht zwei, drei, vier DAMS. Aber in der selben Zeit, Sie haben viele Connector zu bauen. So, es ist, der API ist im Herzen dieser Wertschöpfungskette. Acht, Ecosystem. So, es ist schon gesagt, es ist important, zu überprüfen, dass Ihre Wände haben, eine Partnerschaft mit anderen Technologien. Es ist ein Weg, um die Customer-June zu verbessern. Und am Ende ist es immer ein großer Vorteil für die Marke, diese Lifecycle, meine Bilder, in alles diese Workflow zu unterstützen. Und für das allerdings, was habe ich gemerkt, es gibt einige Wände, die haben dasselbe Ecosystem. Aber ich denke, der Ecosystem von Cloudinary ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Was wir können dort sehen. So, wir haben ein DAMS-System und jetzt Cloudinary ist super während heute seit einigen Jahren, um eine große Engine zu haben. So, wenn Sie haben große Auflösungen, große Tiefs zum Beispiel, große Videos, 4K und so weiter, es ist kein Problem. Aber in der selben Zeit, vergleichend mit alles, wir haben schon gesagt, Ecosystem, mein Unternehmen, meine Organisation, ich habe ein PIM, ein CMS. Und was ist auch intelligent für mich, ist, dass wir, Sie können sehen, im Bereich, einige Leute, die sind zum Beispiel andere DAMS-Systems. Und was ist intelligent, ich würde sagen, für Cloudinary, ist, diese Partnerschaft zu machen, zwischen ein Seincor, ein Biden, ein Widen, ein Luxeo und so weiter. Es ist nicht wie ein anderes DAMS-System. Aber der Unterschied ist, dass Cloudinary eine große und wahrscheinlich eine der besten Engine im Welt. Und so, es ist ein Vorteil für die anderen DAMS-Systems, diese Verbindung zu haben. So, diese Darstellung ist für mich eine, die Repräsentation von, was ein Wender heute machen müssen. Und für die, allerdings, wenn Sie zum Beispiel arbeiten mit den Agenturen, es ist immer wichtig, auch einen Connector mit Adobe Desktop-Application zu haben. So, ich habe, wir haben nicht so viele Unternehmen im Welt, die haben diese Fähigkeiten. So, es ist ein Beispiel von meinem deutschen Tournament, CIO. Sie können sehen, eine Verbindung mit verschiedenen DAMS-Systemen. Mit Cloudinary, Sie benutzen auch die verschiedenen Dienste mit den Bildern, als wir haben schon gesehen. Und für die kreativen Mannschaften, es ist sehr wichtig, als Sie bleiben im Photoshop. Sie bleiben im InDesign. Und vom InDesign, Sie haben diese Fähigkeiten. Sie können, Sie haben eine Navigation im DAMS-System. Sie können eine Suche machen. Sie können Revisionen unterstützen. Sie können Check-in, Check-out machen, sodass meine Mannschaft arbeitet nur mit diesen Projekten, mit diesen Bildern. Und wenn alles ist gemacht, wieder einmal in den DAMS-Systemen. Es ist eine Möglichkeit, ein InDesign-Dokument zu editieren. So, das heißt, ich habe meine kreative Mannschaft, Sie haben schon gearbeitet in InDesign. Ich habe eine, wie eine Verpackung, auch geladet. Bilder, Fonds und mein InDesign-Dokument. Und im DAMS-System, wenn Sie benutzen diese Technologie, Sie können editieren, sodass ein Text oder einige Bilder ändern. Eine der Letzten ist, alle über KPI. Wenn Sie entscheiden, ein DAMS-System zu kaufen, meisten der Boss und die Organisation warten auf eine, okay, wie mein DAMS-System ist benutzt, wie es ist effizient. So, es ist der Grund, dass heute KPI und BI für Business Intelligence ist auch sehr wichtig. Es ist ein Beispiel, das ich habe genommen von Sizen, der ist ein super Unternehmen. Es ist auch Integration, das Sie können zum Beispiel machen. Und wir können darstellen, zum Beispiel, es ist ein Beispiel, so wie verschiedene, wenn Sie haben eine Workflow, Sie können überprüfen, wenn Sie haben eine Probleme, die verschiedene Meistern, wofür die freigeben, zum Beispiel ein Dokument in Deutschland oder in Frankreich und so weiter. So, KPI ist sehr wichtig und nicht alle DAMS-Systeme haben diese Möglichkeiten. So überprüfen B4 auch das, machen einige Tests mit Ihren Bildern, mit verschiedenen Urladen, Herunterladen, Freigeben, Teilen und Sie müssen aber eine Ansicht haben, was passiert im DAMS-System. Die andere Frage, wenn Sie haben, diese Auswahl zu machen, ist, okay, habe ich etwas zu kaufen, alles im Cloud, oder es ist ein Problem, wenn ich war gewohnt, bevor, oder inzwischen. Ich würde sagen, sowieso 90% heute die Lesungen sind im Cloud. Es ist ganz einfach. Sie haben die Lösung, Sie haben den Server und so weiter, so nicht zu sorgen. Alles ist gemacht mit Ihren Wändern. In der selben Zeit, wenn Sie zum Beispiel haben viele große Dateien zu erleiden, manchmal ist es unmöglich. Zum Beispiel, ich arbeite mit einigen Agenturen in Amerika. Sie haben mehr 30.000 Roh-Dateien zu erleiden. Es gibt keine Zeit im Tag. So, wie arbeiten Sie? Sie haben ein System, ein Hybrid-System zwischen Cloud und den Unternehmen. Die großen Dateien sind immer in den Agenturen und schon die verschiedenen Projekte sind fertig. Sie laden die Projekte oder Sie können benutzen die Cloud-Möglichkeiten, um Ihre Dateien zu arbeiten. Okay? So, es ist, ich würde sagen, inzwischen, aber meistens heute entscheidend für eine Cloud-Solution. Der Letzte für mich, es ist auch wichtig. Wir haben schon ein Beispiel gesehen mit Cloudinary und dieser Umgebung von verschiedenen Connectoren zwischen verschiedenen Wändern. Es ist Innovation, okay? Ein Partnership ist so wichtig heute. Wenn Sie haben diese Auswahl zum Beispiel im DAMS-System, überprüfen Sie, dass Sie diese Innovation haben. Und Sie müssen auch wissen, was ist geplant für die nächsten 18 Monate zum Beispiel. Okay? So, Innovation ist immer mehr wichtig auf diesem Grund. So, am Ende für DAMS-2020, was ist wichtig? Ich würde sagen, dass zum Beispiel zehn Jahre alt, es ist immer wichtig zu verstehen, dass ein DAMS-System, es ist ein Engine für die Dateien und die Metadaten. Okay? Und wenn Sie haben eben die richtige Technologie, Sie haben viel zu tun und alle zu bearbeiten, bevor etwas zu machen mit Ihrem DAMS-System. Aber allerdings, es ist über die Customer Experience und Kundenerfahrung, das heißt freundliches Interface, mobile Unterstützung, das Ecosystem, das Sie haben schon gesehen. Zweimal ist es auch wichtig zu überprüfen, dass Sie haben diese Möglichkeiten, alle Ihre Metadaten zu machen. Heute, wir haben manchmal ein Front-Office oder ein Back-Office. So, überprüfen, dass im Back-Office, es ist mehr für die Admin, Administrator allerdings, aber dass Sie haben diese Möglichkeit, diese Dateien zu schaffen, diese Job-Ticket-Leout und so weiter zu machen. KPI hat es schon gesagt, es ist ganz wichtig, um eine Idee für, okay, nach einem Jahr, was habe ich gemacht mit einem DAMS-System? Es ist effizient, es ist doch nicht, was habe ich zu verbessern und so weiter. Und allerdings am Ende, welche Strategie, es ist immer über Strategie an dieser Seite. Also, Sie wissen wahrscheinlich, ich arbeite auch mit der DAM Foundation, die Unternehmen ist IQ Equity und ich arbeite mit Mark David zum Beispiel. Und wir arbeiten über die, um die Umgebung der DAM-Modelle und Tencore-Charakteristik. So, es ist eine Möglichkeit, einen Dammwender zu testen. Und es ist, wir haben diese Strategie mit sechs Schritten. Das heißt, es ist sehr wichtig, zu überprüfen, die Ressourcen, allerdings die Anforderungen, Governance und auch die Anwendung im Bereich in Ihrem DAM-System. So, letzte Worte. Was haben wir zu tun? Dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes. Ich denke, dass niemand für alle am Anfang des Jahres, es war ganz möglich, etwas zu realisieren. Okay, was passiert im März? Aber es ist auch eine Möglichkeit. Und wir haben schon dann das gesehen im E-Commerce-System, im Bereich im E-Commerce. Wir haben mehr als 100 Prozent mehr Business. Es ist eine Zeit, wo Sie haben diese Möglichkeiten, etwas zu machen. Okay, es ist nicht einfach. Die Gewinner von morgen in die Zukunft haben wahrscheinlich etwas schon gestartet. Aber es ist die Zeit. Okay, und es ist sehr wichtig, die Richtung, wie wir arbeiten in der Zukunft, ist am Ende geändert. So, wahrscheinlich haben wir während mehr Monaten zu Hause arbeiten, ohne DAM-System. Es gibt keine Möglichkeit, keine unterwegs Zusammenarbeit. So, es war mein letzter Satz. Viel Spaß, aber wählen Sie ja das richtige DAM-System. Das war super interessant. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist für jeden interessant, der sich mit dem Thema DAM beschäftigt. Aber auch vielleicht für die, die schon eins haben, sich nochmal neu mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, ganz, ganz richtig, ich sehe das auch in allen Gesprächen, der Druck, sich mit seinen bisherigen Systemen auseinanderzusetzen und zu sehen, wie ich den auf den Stand von 2020 und fürs nächste Jahrzehnt ausrichte, ist größer, wenn je vor Zeit geprüft wird. Wir sehen, was passiert im 2021. Ich hoffe, dass alles ganz besser wird. Aber ich würde sagen, ja, Sie müssen etwas machen und 2020 für DAM-System, es wird wahrscheinlich etwas, das wir können erinnern. Ganz herzlichen Dank nochmal.